Das ist natürlich ein Atemgestalten, Freunde. Scheiße, ne? Hm. Nein. Okay. Okay, okay, okay. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Oh! Mist. Okay. Ist das hier ein Lagerbomben oder was? Ach, eh. Ich bin jetzt erwischt. Fuck, die Inventar ist voll, ey. Mist. Tagebuch des Drogeriebesitzers. 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet an eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt. Im wachsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufer werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir die Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination. Noch nicht mal meine Frau. Es ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aqua-Cure-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Okay. Aqua-Cure-Königin. Wo seid ihr denn? Ja, stopp mal. Da war doch... Wer ist der Drogeriebesitzer? Ah, hier vorne war doch noch eine Drogerie rum. Aber nicht nur. Doch. Naja, jetzt ist... Wir würden jetzt mal sagen, das ist eine Apotheke. Drogerie visitee. Echt jetzt, ja. Echt jetzt. Echt jetzt. Neun, drei, sieben. Okay. Neun links, drei rechts. So. Schauen wir mal. Ob das so funktioniert. Neun. Okay. Neun. Drei. Sieben. Was ist das denn? Leuchtpunkt-Visier. Ich bin mental voll. Ich möchte brechen. Ja. Oh, yes. Und? Okay. Wir haben einen runden Punkt in unserem Fahnenkreuz, was eh schon da war. Yay. Okay. 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 Okay, okay. Alles klar. Da bin ich von gerade aus gelaufen. Ähm. Dann gucken wir nochmal hier oben. Dann gucken wir nochmal hier oben. Das ist total scheiße. Weil. Ich hab jetzt hier... ...keinen Platz mehr. Ja. Oh, hat er recht. geht. Yes. Schön. Schießpulver. Oh, Mann. Fickt euch doch echt jetzt, ja? Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Schön. Dass man das noch... So, warte mal. Unten habe ich noch Schießpulver. Und das war das hochwertige, ne? Das werde ich mal nicht nehmen. So, ich hoffe, die bleiben liegen. Nee. Rhabhaber, rhabhaber, rhabhaber. Na gut, okay Keine Leid Okay Alles klar Kann man das jetzt nutzen? Aber uns wird wahrscheinlich Adventierrad immer noch fehlen Oh nein Gut, gut, gut So und zwar Hier hin bitte Verstauen Verstauen Verstauen, verstauen, verstauen 60 Schuss sind's Wir können mal gucken, ob das rote Wenn hier der rote Rubin Hier vorne reinpasst Ist der dafür? Oh, ja, ja Äh, okay 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 Super cool Verstauen Gut So Hier vorne Wollen wir hin Ah, hallo, hallo Bolzenschneiderchen Perfekt Und eine Kiste Kann doch gleich hier hin gehen können Na ja Ist jemand hier drin? Hm Nein, nicht kombinieren Benutzen Machen wir das Ding jetzt hier Klar Bist du UBCS? Ja Vorsicht, Vorsicht Komm, schau mich nicht so an Ich bin nicht infiziert Einmal nein Nein, 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 nein Bitte Was soll das? Er war infiziert Vielleicht war er infiziert Ihr Stars seid zimperlich Darum sind so viele von euch tot Und was bist du, UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station Wir brauchen kein Weichei wie dich Das uns behindert Ja, okay Klar Krass Krass Krass